Stuggi TV, Deine Stadt, Dein Sender Statt in den Unterricht ging es für den Stuttgarter Jugendrat Firat Juderkuhl am gestrigen Montagmorgen ins Baden-Württembergische Kultusministerium. Dort traf er die Kultusministerin Susanne Eisenmann zum Gespräch. Im Juli hatten wir das Gespräch mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, an dem wir auch unserem Ministerpräsidenten teilgenommen hatten, unserem Oberbürgermeister. Und wir hatten da schon ein paar Themen angesprochen zum Bildungsplan, aber auch zur Bildung in Baden-Württemberg. Und da hat man halt überlegt, okay, wenn uns schon empfohlen wurde vom Ministerpräsidenten, meinen Termin mit der Kultusministerin zu machen, dann machen wir den jetzt auch. Im Gespräch wollte der Jugendrat gleich mehrere Anliegen ansprechen. Also wir fordern einfach, dass die Kommunalpolitik von der achten Klasse in die höheren Stufen kommt, dass man besser ausgeprägten Kommunalpolitikunterricht in der Schule hat, dass man weiß, wie man sich engagieren kann in Stuttgart. Wir brauchen einfach Lehrer an den Stuttgarter Schulen oder allgemein im Land, die wissen, wie man mit der Technik in den Schulen auskommt, weil das ist auch ein sehr großer Zeitraum, den sie damit verbringen, überhaupt die Technik aufzubauen. Und drittens brauchen wir Lehrkräfte, die den Schülern nachhaltiges Lernen beibringen und auch fördern und nicht nur Bulimie lernen, auf Klassenarbeiten unterrichten. Auch für die Kultusministerin ist das Gespräch eine gute Gelegenheit, um genauer zu erfahren, welche Veränderungen sich die Jugendlichen in Sachen Bildung konkret wünschen. Also völlig berechtigt ein Thema, das wir breit diskutieren, nämlich die Frage, wie sind Gesellschaftswissenschaften, beispielsweise Gemeinschaftskunde, im Bildungsplan verankert? In welchen Klassen wird beispielsweise darauf hingewiesen, wie Kommunalpolitik funktioniert, wie man gestalten kann? Und ich teile die Einschätzung, die der Jugendrat vorgetragen hat, dass wir da Nachholbedarf haben. Wir evaluieren momentan unseren Bildungsplan und da wird die Vertiefung und auch die Rolle der Kommunalpolitik verbessert werden. Das ist eine Aufgabenstellung, die der Jugendrat zu Recht anspricht, auch der Landesschülerbeirat zu Recht anspricht. Da sind wir momentan dabei, diese Inhalte auch zu überarbeiten. Naja, wir sind ja die Generation von morgen und wir werden auch zukünftig hier in unserer Stadt leben. Und ich finde, wir sollten schon das Recht haben, auch unsere Stadt mitzugestalten und auch unsere Ideen und Vorschläge einzubringen. Ob es jetzt Gestaltungsprozesse wie S21 sind oder andere Prozesse in der Stadt Stuttgart, dass eigentlich auch die Jugendlichen gehört werden sollten und auch unsere Meinungen eine Rolle spielen. Ob es jetzt gehört, dass vieleメden woanders glauben, was man braucht auch unsere사� terrorkräfte. Vielen Dank.